hallo und willkommen zurück bei rimworld so wir sind hier immer noch beim stall ich bin immer noch skeptisch habe auch gerade noch mal überlegt ja vielleicht die getrennten gebiete doch weg zu machen und ich sag mal halt nur gebiete für alle also ein gebiet für alle zu machen dass wir die mauern einfach wegreißen außer die außenmauer ja also dann die lassen wir hier und die alle wegzureißen dass dann die noch einen größeren raum haben ich meine die hühner wir haben auf jeden fall sehr kleines gebiet ich bin immer noch überlegen dass ein problem sehe ich bei den hühnern auch noch dass die im winter könnten die erfrieren bei minus gerade mal wir gucken mal sonst reißen wir hier die mauer ab und die auch und dann dürfen die hühner hier mit rein und dann setzen wir müssen sowieso noch ein tiergebiet dazu hinzufügen wo die tiere sind so laut ne ich höre ja gar nichts so ein neues tiergebiet umbenennen huhn winter ich habe doch neues tiergebiet gemacht oder warum ist das hier nicht mit drauf neues tiergebiet huhn winter anscheinend habe ich doch kein links gemacht also im winter müssen wir die hühner dann da rein schicken weil sonst erfrieren die nämlich hier draußen so und in den kontamen jetzt kann ich wieder von unten ja das mit sämtliche heldinnen ja das bald du hast in den kommentaren heldinnen geschrieben deswegen war ich erst verwirrt aber ich bin halt schon auch davon ausgegangen dass du alle meinst boah das ist so laut ich kann ja gar nicht in ruhe die kommentare lesen wie ein kolonist untätlich warum ist denn wonder woman untätig er sollte mal bauteile machen wieso kann ich denn keine bauteile machen ach weil catwoman wenn du bauteile baust dann brauchst du auch zu ende ja eine energie rüstung einer bauteile warum ist wonder woman untätig verstehe es gerade nicht wonder woman hat doch schmieden ich meine wie kann die da untätig sein wo ist die hin was müssen wir wenn das fertig ist bevor die neu anfängt ich verbiete den hier mal damit wir nicht von da nimmt auch jetzt ist die anscheinend nicht mehr untätig so weil irgendwie stimmt da ja was nicht keine ahnung kurios ich habe mich verguckt ich kann mehr tiergebiete haben ich bin kümmern er guckt hier kein neues tiergebiet ich kann jetzt noch ein neues gebiet erstellen und jetzt kann ich sogar nicht mal mehr neues gebiet machen also das ist hier die maximale anzahl oder also du hast ja geschrieben ich habe mich verguckt wo denn dann also ich habe jetzt hier nicht mehr diesen aus wenn ich jetzt hier ein gebiet weg mache ist es wieder da jetzt ist wieder weg ich meine ich will jetzt die anderen sachen nicht alle weg machen ja bei dem so kleinen jünger stall kann man ruhig meckern und der ist eigentlich immer noch zu klein aber ja gut wenn er wenn es nicht geht dann müssen machen wir hier weg problem ist halt nur wenn ich werde es eh wieder verpassen damit die früh genug in winter zu schicken und dann hängen die aber wenn die hier drin hängen ja dann müssen wir ja auch das futter rein na klar dass ich da jetzt erst drauf komme wird zur helle einstellung kopieren einfügen weg einstellung kopieren einfügen weg zone kein dach huch so meine ich das warte dann erfriert mir hier doch auch das heu das heißt das müssen wir auch da rein klatschen das erfriert doch alles wenn es draußen ist oder nicht machen wir wahnsinnig doch wenn wir haben gar kein granit mehr geil was macht halt halt ist mahlzeit halt raffiniert kraftstoff das hat irgendwie eine höhere priorität gefällt mir nicht aber ich wette sobald der voll ist mit dem kraftstoff macht dann wieder kaputt so wir setzen den kraftstoff jetzt erstmal aus so wir haben neun rekruten iron man ist das soviel ich weiß soo okay müssen wir noch umbenennen iron man so iron man wir brauchen eine richtig krasse nahkampfwaffe okay wir müssen noch mal eine richtig krasse nahkampfwaffe herstellen so was denn für ultra krasse nahkampfwaffen können wir denn herstellen am besten ein laser schwert oder eine quatsch der braucht also justin keine ahnung wie du bleib doch mal stehen junge iron man sorry der c wurde abgeschnaben das ist ja ein unding körperoperation so nein hier implantiere linke hand sensenmesser rausding damit kann der bestimmt nicht mehr arbeiten dann aber das wird auch das wird ein richtiger killer wird das wir müssen dem auch noch ganz gute der kriegt auch als erstes energie rüstung würde ich sagen und er braucht noch einen energie helm oh die norm das kriegste hin ne gut wie viel schaden macht ihr denn kann man das irgendwo sehen wie viel schaden so eine schnitterklinge macht schaden 20 großhändler nicht schlecht nur mal hier so was macht das ding ha schnitterklinge auf jeden fall op ok oh wir haben ziemlich viel holz ok firefly firefly ach der ist auf dem weg oh ne ne belagerung da also da hab ich jetzt echt keinen bock drauf verdammte kacke oh warte wir haben wir haben doch mörser oh warte jetzt ist ja eh erstmal hier so runterscrollen was haben wir denn hier können wir wieder was verticken ja ein paar sachen alter haben wir viel holz ey ach hier können wir sogar kalkstein kaufen hopfen mit meist verticken bier haben wir keins aber ich weiß noch nicht ob wir den hopfen verticken sollen hier erstmal wieder die heute würde ich sagen kommen alle weg teufelsgarn behalten wir muffel und wolle behalten wir auch mal 1600 komm weg stoff gönnen wir uns bauteile gönnen wir uns neutramin gönnen wir uns den kraftstoff verticke ich mal nicht genauso wie essen oder warte wir könnten ein bisschen fleisch kaufen ja und verticken ein paar einfache mahlzeiten vielleicht sollten wir nicht so viel kaufen weil wir können paar tiere verticken also was haben wir denn hier oh huskies auch nicht schlecht hier junge alpakas fünf stück und drei stück wo sind denn hier meine alpaka hier ist ein fohlen auch hier unten sind die so weiblich 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 schon mal vertickt okay weißt du was dann verticken wir hier nur die weiblichen aber alle fünf weil wir brauchen mehr männliche so wie ist das mit den wildschweinen hier 18 weiblich erstes jahr ich würde mal sagen minus 9 weil irgendwie haben wir voll viele davon so jetzt sind wir fast wieder ein plus ja weißt du was machen wir so ich pausier grad mal aus versehen sorry tut mir leid wollte ich nicht das war das ist auf jeden fall ein unding von mir und das wollte ich auch so nicht machen aber ich mein äh das machen wir jetzt mal richtig ne warte wir haben noch brandgranaten ne ich mein genau für solche fälle ja deswegen pausier ich nämlich jetzt tue ich die nämlich hier wieder rein zumindest die brandgranaten so ach komm wenn wir schon mal dabei sein jetzt ziehen wir noch mal einmal alte schule ja pausieren ja das ist das wie kann man nur so pausieren das ist so ein unding ungehörigkeit also das ist ja echt ein unding ne war kaum weiter laufen lassen so wenn wir das aber jetzt voll weg mörsern ja und die knallen hier alles weg wie viele bauteile haben die denn da vier stück leute ball durch mal ich will dass sie jetzt mit mörsern da runter ballern schönes ding komm baller dich kaputt zum glück haben wir mörser gebaut genau so wird es hier gemacht wir haben keine chance vielleicht sollte ich die hier wieder zurück ziehen das reicht doch schon wir haben keine deckung brauchen wir aber auch nicht so äh beenden 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 ja hier brandter e oh warte die müssen nicht mehr bemannt werden so ich muss hier natürlich erstmal alles äh was ist denn mit dem das habe ich außer sehen noch mal pausiert haben wir einen in der nähe wonder woman mal gucken ob sie es schafft oh man wenn es jetzt nicht langsam anfangen zu regnen äh dann könnte das hier ganz schön in die putz gehen aber das ja gut das sind halt die brandgranaten ne was haben wir erwartet weißt du was äh trag doch lieber mal obwohl ne die ist zwar gut aber fast kaputt lassen wir mal ein bisschen wegholzen also weg brutzeln so joker ist noch in der nähe wir versuchen es aber so und wir stellen den schon mal auch da drauf dass er den direkt versorgen kann was macht er willst du mich jetzt verarschen na gut der wird es trotzdem überleben also was kann denn der der kann bauen ja aber schon wieder so ein suchti ne der kann bauen aber einen suchti egal anwerben so die bauteile sind so wie es aussieht verbrannt oh ne ist schon verrottet na gut aber wenigstens kam der regen und hat schlimmeres verhindert so was sieht es eigentlich aus ey leute jetzt mal mit fleisch da rein tragen was machen denn die ganzen tiere oh elefantenstoßzahn leute wir brauchen unbedingt mehr tiere die tragen also wir haben gesagt nur männliche zwei drei vier fünf ne warte das war jetzt direkt habe ich zwei gemacht ne also sechs sieben acht neun boah ey wieso mach ich immer zwei und zählen nur ein eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun und dann kommen wir mal noch ein so unbegrenzt 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 ach so ja mit dem waren wir ja noch nicht fertig so das ist jetzt eine schnitterklinge linke hand operation aufgabe implantiere sensenmesser aus wuchs ich dachte das hieß schnitterklinge das heißt schnitterklinge ok so wo ist iron man so implantiere sensermesser aus wuchs rechterhand so leute das fleisch muss getragen werden wir schicken jetzt alle zum tragen weil irgendwie kriegen die das nicht hin hier muss jetzt jeder ran sonst verrottet das und ich habe hier tausende von zeug umsonst ausgegeben super männlich also doch nicht alle hallo hallo so hier muss jeder helfen mal hier weniger als ein tag ja ok die können sich jetzt auch ein bisschen ausruhen ein waffenhändler auch nicht schlecht firefly geht pennen ok hier liegt noch was so was können wir denn hier gladius ja ok ja schön hier weg 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 raufwandgürtel hm ne schau ich schau mich was mit dem anderen helmen passiert ist so wie sieht es aus iron man immer noch nicht ok ok es geht los ok er bearbeitet steine das heißt hier geht es auch langsamer wieder voran so hat jetzt zwei schnitter klängen ich weiß nicht ob das knallt ne naja ist ein psychopath wird dem wahrscheinlich nichts ausmachen aber auf jeden fall ein paar freunde mit firefly ist der sehr gut ok ok gucken wir mal vier schläge kriegt er mal ne 2 doch kriegt er nicht jäger kriegt er eine 1 ja gut ich weiß nicht ob der noch arbeiten kann ne aber der wird auch erst reinigen und dann äh tragen mal gucken was macht er denn jetzt so ich will aber iron man erstmal richtig ausstatten also im moment putzt er ne warum sollte ich denn denen dann ne waffe geben weißt du was hier äh jag das mal ja hallo warte ich muss dem ich muss dem ne waffe geben ich habe jetzt extra pausiert aber warum braucht der denn ne waffe der hat doch jetzt iron man hat doch hier äh ok gucken wir mal was stärker ist ja komm wir lassen mal weiter laufen machen wir das erstmal wieder weg das versuchsschwein und stellen jetzt hier eine ultimative waffe her gucken wir mal können wir hier vielleicht melee waffen herstellen wir machen mal die schwere maschinenpistole weg ne ok machen wir das hier so ja gladius oder langschwert ok was ist bei den von den beiden stärker 6 8 und 6 1 also machen wir ein stahl äh kein stahl langschwert sondern sondern in dem planstahl ist am stärksten ein planstahl langschwert und es muss ein meisterwerk werden deshalb wer macht es antwerks 6 sie macht es alter wir haben so viel holz dass das sogar jetzt hier drin gelagert wird wie geil ist das denn lustig dass der hier drin pennt stimmt hier ist alles voll mittlerweile wir müssen noch mehr wir müssen mehr häuser bauen vielleicht wird es unser koch eigentlich ganz gut hier weil es in der nähe ist headwoman müssen wir irgendwie aber hier rüberquartieren noch das wird schlecht ne ich will nicht mein ganzes planstahl jetzt verschwenden nur damit du so ein richtig geiles schwert hin Alter das war scheiße teuer ja nur 120 das sah gerade mehr so ey ich hab doch viel mehr Plastahl achso ja die rüstung natürlich die ganzen rüstungen die kosten ja auch unnormal viel Plastahl ja nachdem die energierüstung hier gebaut ist stellen wir als erstes auch erstmal wieder einen helm her aber lustig dass der noch aus dass der noch was machen kann ich dachte jetzt eigentlich dass der mit den mit den Schnitterklängen hier kämpft habe ich jetzt eigentlich so gedacht also ich meine wenn wir jetzt noch andere biomische Sachen kriegen so Beine oder sowas alles implantieren ne außer Augen, Augen kriegt er nicht ich bin mir auch noch nicht sicher wer den glücklich machen bekommt vielleicht Hulk Wonder Woman hat Hunger ja dann ess doch was komm warte wir machen bisschen Speed ich will jetzt diese Folge noch machen eigentlich ich will das sehen Valkyra müsste ja eigentlich die ganze Zeit arbeiten klar die Frames droppen jetzt gucken hier mal zu was du knallst das durch hi folgen wir mal ein bisschen Valkyra und gucken mal was da hier so abgeht hab ich hier wirklich überall Autodüren gemacht gefällt mir grad gar nicht das kostet doch so viel Ressource Alter das leckt ja hier durch die Gegend okay bald haben wir es geschafft ey komm schon das ich hoffe das wird jetzt legendär oder so das wäre jetzt das Optimum ja Spike komm schon du schaffst das Wonder Woman bevor du vor bevor du zusammenbricht das muss übelst das Ding werden okay und es ist überlegen ja okay auch gut nicht legendär aber immer noch besser als ich vermutet hatte ich habe nämlich gemacht ach das wird jetzt bestimmt richtig scheiße also Iron Man gönn dir das aber äh vorher will ich gucken das macht echt mehr Schaden die Schnitterklingen sind trotzdem stärker so Iron Man bin ich mal gespannt ich will dass du das Ding jagst wieso geht das nicht ich will dass du das Ding jagst greift er jetzt gar nicht mit den Schnitterklingen an oder was Gucken wir hier mal also ja mit dem Langschwert auch hier der greift echt damit an der ist ja geil komm wir machen noch einen guck mal die haben sogar Angst ey die haben keine Chance zack platt gemacht jetzt braucht der nur noch ein Dings und noch einen Großhändler perfekt wieder eine längere Folge ich sehe ich sehe schon kommen ist ja schon länger aber ja gut wir haben ja hier wieder ein bisschen was zu verticken also was haben wir denn hier schönes können ja mal wieder Alter wir haben sieben Alpakamützen minus 5 wir brauchen noch keine sieben Alpakamützen hier ist noch was gut ich guck gar nicht mehr nach Qualität weil ich meine das wird ja alles eh direkt verbrannt sollte sollen wir doch mal den Hopfen verticken und dafür Plastall kaufen boah das ist ja teuer puh wir haben ja direkt wieder hier was zu verticken komm jetzt geben wir doch den Teufelsgarn ab und das teure Zeug natürlich behalten wir hier etwas von weil wir haben ja hier noch Alpakawolle 100 wir können uns mal die Bauteile ja komm Plastall lassen wir mal weg Kraftstoff können wir nicht verticken wieso das denn wir könnten üppige Mahlzeiten verticken okay wir lassen es mal so so warum denn nicht ach ja ich sehe es schon jetzt ist ja hier wieder kein ja aber wie machen wir das jetzt ich habe ja jetzt hier extra so ein Löschteil hin gemacht falls es brennt ja gut hier ist eins drin für Benzin aber gut wie die grad das wollen wir eigentlich eh nicht verkaufen das Benzin reicht hier wenn wir das verticken gut du hast du ne oder jetzt will Catwoman auch nochmal zeigen ja jetzt habe ich mir meinen Plastall verschwendet verdammte Kacke kriegen wir das wieder raus Gott sei dank gut und dann würde ich sagen war es das für diese Folge bevor noch irgendwas passiert achso ich habe ja gar nicht alle Kommentare äh mögliche Friedensgespräche machen wir nicht jetzt haben wir einen Berserker gebaut um euch zu vernichten und ihr wollt Frieden okay das hier muss unbedingt vorangehen hier wir müssen das hier mal ein bisschen beschleunigen ich überlege gerade ob wir hier eine Zone machen wo dann die Eier reinkommen wir müssen wir müssen mehr Tiere loswerden vielleicht sollten wir auch erstmal ein bisschen mehr Trockenfutter machen wird auf den Boden gelegt wir sollen nicht Kreaturen schlagen du sollst Trockenfutter produzieren okay macht er jetzt Trockenfutter ist halt sehr teuer aber geht dafür sehr schnell was wie kommt denn hier eine Cobra rein Iron Man wie kommt denn da eine Cobra die kann ja nur drin gespawnt sein Iron Man regelt jetzt das wollte ich nicht wo ist Iron Man warum ist der so langsam warum ist der so langsam der unbedingt ein Speed Buff wir müssen wir machen die platt komm schlitz die kaputt genau so wird's gemacht Kopf abgehakt fertig was wie Jäger ohne ach so war das nicht mal so dass die auch mit Nahkampf Waffen gejagt haben das wäre so cool wenn man den beide Waffen geben könnte halt eine Fernkampf Waffe und eine Nahkampf Waffe also ich mein das ist eigentlich ja normal ne und Standard ja der produziert jetzt so viel Trockenfutter also jetzt langsam übertreibt das ja achso löschen wir erstmal die Priorität ok dann setzen wir den mal von Jagen runter das wird dann manuelles Jagen mit dem so gut dann würde ich sagen war es das für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder also bis dann ciao